Hey Leute, willkommen zum nächsten Part von Life is Strange Und jetzt gucken wir uns erstmal im Zimmer um Machen erstmal ne Musik aus Das tun wir gar nicht Wo sieht das an? Was haben wir hier? Ja, Chloe Price was here Even Holmes and Watson didn't use every piece of information Damn, this is a serious expose on the Prescotts Finally Nein, in Hinsatzmen ist es nicht Gucken wir uns das Anschlagpress an So close yet so far away We have to do three main things Right Uh, what things? One, decipher Frank's logbook Two, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel And see whatever hidden shit he's got in his messages Three, beat Stepdushdan until he tells us about Frank, Nathan and the Darkroom Too bad I don't have a gun anymore Yes, that's the solution We'll have to do this on our own Dude, at least let me kick his ass, then rewind Fine, whatevs, it's your power Which I can't waste on shit like that Or Blackwell would be in big trouble At least you let me take that money to pay Frank off Don't remind me I just want him off your back Our back I know You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads It was a who And be careful of Stepcrack He's not gonna be a happy camper after you reamed him yesterday and mom was giving him the boot I'm on it, partner I can't abuse this level of my new light power I'm so sorry, William It's not fair you had to die twice This butterfly photo seems like a million years ago How much time have I altered since? So, let's do it in the garage Oh no, that poor little bird has been trapped here Er schreck me Bring me here what I say So, Vogel, Füglein sei frei. Ja, masch maggerettet. Ja, dann solltest du nicht deine Familie schlagen, beziehungsweise deine Tochter schlagen. Ja, dann solltest du nicht deine Familie schlagen. Es sieht aus, dass David bereits ein Zimmer besucht hat. Sorry für diese Geräusche, aber mein Mikrofonarm geht lang bei dem Geist auf. Verrutscht die ganze Zeit. Meine Butterfly-Sketch existiert nicht in dieser Zeitlinie. Wie William. Max, der Time-Bandit wiederstrahlt. Jetzt gehe ich erstmal in die Garage. Danke. Danke. E-Mail. Blackwell ist sicher nicht sicher und privat. Trotz unserer recht hitzigen Diskussionen über die erfolgreichen Petitionen zur Verhinderung ihres Campus-Wochen-Systems bin ich weiterhin an ihrer Meinung zu anderen Methoden zur Verpassung der Sicherheit in Blackwell interessiert. Wir müssen einen Mittelweg zwischen Sicherheit und Privatsverfüge für unsere Schüler finden. Ich brauchte keine Wochenkammer, um diese Aufregung kommen zu sehen. Ich wünschte Ihnen, dass er einen weirrten Fan hat. Sehr geehrter Herr Metzen, ich wollte Sie bloß wissen lassen, dass das, was mit Ihnen passiert ist, totaler Schwachsinn ist. An dieser Schule sind zu viele metrosexuelle, liberale Idioten, die Sie und das Militär nicht zu würdigen wissen. Ich fühlte mich im Wohnheim sicher, als Sie Sicherheitschef waren und ich dachte, ich stehe unter Ihrem Schutz. Ich hoffe, Sie kehren bald zurück und gewährleisten wieder unsere Sicherheit bei Nacht. Diese Schule macht mir Angst. Ich entschuldige mich für meinen gestrigen Ausbruch in Ihrem Büro. Ich war wütend, meine Stellung in Blackwell ohne eine umfassende Untersuchung der Fakten und ausschließlich aufgrund einer Anschuldigung nicht vertrautswürdiger Schüler zu verlieren. Ein Krebsschwert in der Blackwell-Akademie und ohne mich wird er sich ausbreiten. Du sollst einen bösen Metzen. Okay, okay, okay. Es gibt mehr für David Madsen, als für die Augen. Er sollte diese Lieder zu Joyce enden. Joyce, du weißt, ich bin nicht gut darin, mich zu rechtfertigen oder mein Verhalten zu erklären. Ich weiß nur, dass mich noch nie jemand so gut verstanden hat wie du. Ich würde dir und Chloe nie wehtun. Mich um meine Familie zu kümmern ist meine Hauptmission. Ja, ich bin einen Schritt zu weit gegangen mit der Überwachung und den Verdächtungen. Und es tut mir aufrichtig leid und ich schäme mich. Aber in Arcadia Bay gehen dunkle Machenschaften vor sich. Von denen ich dir erzählt habe. Du bist meine Frau und Partnerin. Und ich weiß, wir sollten keine Geheimnisse voreinander haben. Ich wollte dir alles erzählen, aber nicht ohne Beweise. Stattdessen begegnet eine Schülerin unter meiner Aussicht Selbstmord. Du warfst mich aus dem Haus und meine Stieftochter hasst mich. Bitte lass mich. Okay. Oh, jeez. David is packing up wedding stuff too. Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. I wish Chloe could too. Either Chloe stole another gun or David is out there armed. Ich denke, man ist bewaffnet. What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David? Mr. Madsen. Danke für Ihre Hilfe mit Nathan. Ich weiß die Geste zu schätzen. Ein Gruß. Sean. Sean Prescott. Jacob. Ich wundere mich, ob David an die Party geht. Ich frage uns mal weiter hier rum. Hier gibt es bestimmt noch ein paar andere Hinweise. Da gehe ich jetzt noch nicht lang. Keine Ahnung Okay, was finden wir denn da am besten, um das Padlock zu stören? Haben wir hier irgendwas? Ah ja, hier haben wir das Um, okay, es geht auf Sorry, David, but I bet you would do the same thing as me Oh, Maps, Notes, Coordinates, Fotos of Kate, Nathan Oh, yes Okay 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 Alles klar Ich will gucken, was das hier nochmal Ach so Okay Okay, es ist in der Home Donnerst, David is like a one-man surveillance army Now, let's get the hell out of here before we get busted Now, let's go find out what Nathan is hiding in his room Wir müssen sehr vorsichtig sein. Max, jetzt ist es Zeit für Nathan Prescott zu beutachten. Hey, Max, how are you doing? Oh, hi, Mr. Jefferson. I'm okay. Um, and this is my friend Chloe. Yeah. Chloe? Why isn't somebody as cool as you going to Blackwell? I was way too cool for this school. It's a long story. In actual files here. I can imagine. Max, are you sure that you're all right? It's weird just being on campus like everything's normal. I know. Lame as it sounds, life has to go on. I think there's too much going on in my life. On that note, Blackwell duty calls. Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight at the party. So I hope you'll be there to celebrate. Even though I'm sorry you didn't enter a photo. I understand your reasons. You can't force an artist to work. So you don't hate me for what I said to the principal? I'm proud of you for caring so much about a troubled friend. And I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely be there tonight. Me too. I'll be Max's date. You better dance with us at least once. Nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids. I have some pride. Be seeing you. Yes, you will. Hot for a teacher. Gross! You're out of control. Not yet. Just wait until the rager tonight. Ugh, shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignoring you. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. I haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. Let's see if I can find out where I need to miss. So Leute, auf jeden Fall. Hier machen wir jetzt mal einen Cut. Und wir sehen uns beim nächsten Part. Haut rein, Leute. Ciao. 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 Ciao.